Heinz Lausch war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Der Sohn eines Kriminalbeamten und einer Schauspielerin besuchte nach der Volksschule zunächst eine Kunstgewerbeschule. Danach nahm er Schauspielunterricht an der Theaterschule von Helmut Bergmann und privat bei Herbert Hübner. Schließlich ließ er sich zum Reklamezeichner ausbilden und arbeitete von 1938 bis 1940 als technischer Zeichner bei Siemens. Von 1941 bis 1942 war er Soldat im Zweiten Weltkrieg. Dann begann seine Karriere als Filmschauspieler, die auch nach dem Krieg fortdauerte. Lausch war am Häppel-Theater zu sehen. Er übernahm Hörspielrollen beim Rundfunk und machte Kabarettsendungen. Mit Christina Söderbaum ging er auf Tournee. Er betätigte sich auch als Synchronsprecher und synchronisierte unter anderem Nixer Stefan Mini als Bullock in dem Carl May Film Winnetou 1. Teil Veröffentlichungen Mein Sohn, der Fremde Komödie in drei Akten Berlin Kreuzberg Verlag Bühnenvertrieb 1947 Filmografie 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 Filmografie